Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal den Kevin Crew Simulator und ich finde den wirklich, wirklich gar nicht so gut. Ich würde schon fast behaupten, das ist einer der schlechtesten Simulatoren, die ich jemals gespielt habe. Aber egal, bevor das Video beginnt, lass ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh man kommt rein und bekommt direkt Daily Rewards. Yeah, so will ich das. So, was mache ich jetzt hier in diesem Spiel? Ich muss einen Flug kreieren oder was? Hä? Okay, ich kaufe mir eine irgendwas, eine ERJ 145. Hier habe ich die Selecty jetzt und wir fliegen von, äh, muss ich zahlen, ich habe nicht so viel Geld, oder? Egal, dann fliegen wir in New York City irgendwas mit genau dem Zeug und wir haben irgendwas und ich bekomme irgendwo Geld. Bekomme ich Geld dafür? Ich weiß nicht, bekomme ich, hä? Ich bin in einem Flight, ich kann keinen createn. So, was muss ich jetzt machen? Ich hätte das Tutorial anschauen sollen. So, gut, jetzt muss ich durch die Security gehen. Einfach durch die Security durch. Ja, wir gehen durch den Security Scanner. So, sobald ich fertig bin, muss ich in den Chatway gehen, in meinen. Ist das meiner? Nein, das ist nicht meine Airline. Äh, Startboarding, aber ich muss, äh, wo ist meine Airline? Das ist die hier, oder? Nummer 6 bin das ich. Hallo, New York City. Und das ist meine Airline. Hier stahlen wir das Boarding. Und wir gehen mal rein. Perfekt. Einfach mal rein in meine, mein Flugzeug halt. Ja, und hier kann ich irgendwas machen. Keine Ahnung. Ähm, warum kann ich das nicht schließen? So, perfekt. Jetzt muss ich mich hier hinsetzen. Hallo, kann ich mich hier hinsetzen? Hallo? So, jetzt muss ich die Boarding-Door zumachen. Gut. Egal. Irgendwas noch machen? Ist egal. So, was muss ich mit dir machen? So, was willst du? Ähm, was hast du nicht gemacht? Du musst backeln. Ja, perfekt. Du musst gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Perfekt. Jetzt muss ich denen helfen hier. Passt aber alles. Passt alles soweit. Dann setze ich mich hin, oder? Oder muss ich hier sonst noch was machen? Muss ich hier irgendwas machen? Was für Overhead Bins? Was sind Overhead Bins? Hallo? Was ist das? Ich weiß nicht, was Overhead Bins sind. Ja, wir gehen jetzt einfach hier rein. Spielen das. Und starten die Maschine, hätte ich gesagt. Kann doch jetzt meine Maschine starten, oder? Egal. Wird schon passen. Starten wir jetzt mal? Wir starten nicht. Warum starten wir nicht? Oder, hä? Muss ich Toilette irgendwas machen? Hallo? Ach, das hier. Die Dinger muss ich zumachen. Das sind die Overhead Bins. Verstanden. Die Gepäck-Dinger. So, machen wir die noch zu. Perfekt. Und jetzt muss ich mich hinsetzen und dann können wir ein Take-Off machen. Take-Off. Und jetzt fliegen wir los. So, los geht's. Perfekt. So, jetzt muss ich die Serving-Cards machen. Erstmal Food oder Drinks. Und ich bin einmal in meinem Leben geflogen. Also, ich bin drei, vier Mal geflogen, aber immer halt zur gleichen Zeit. So, was möchtest du? Trinken oder Ess nicht haben wir zu trinken? So, was gebe ich dir zu trinken? Ähm, Coffee. So, du bekommst einen Coffee. Perfekt. Du hast einen Coffee. Was willst du? So, sag mir, was willst du hier? Komm, hallo? Sag doch. Ist mir egal, dann nimmst du ein Wasser. I'm okay. Möchtest du was? I'm alright. Möchtest du was anderes? Möchtest du eine Cola? Möchtest du einen Kaffee? Perfekt, er will einen Kaffee. Du willst gar nichts. Gut so. So, was willst du? Komm, sag, was willst du? Du willst auch einen Kaffee? Kommst einen Kaffee. So, was willst du haben? Eine Cola. Kann eine Cola geben. Ist das nicht eine Marke? Darf man Coca-Cola überhaupt hier sagen? Ist das erlaubt? Egal. Ist das nicht schon Schleichwerbung irgendwie? Egal. So, Kaffee. Du bekommst ja auch noch Kaffee. Jeder bekommt das, was er will. Und du willst eine Cola. Gut, ihr habt alles, was ihr wollt. Und jetzt kann ich natürlich auch Food nehmen. Food als nächstes. Und du willst, ganz klar willst du eine Nuss-Mix. Du willst, keine Ahnung, was ist das? Komm, sag's mir. Cookies, yeah. Wir alle wollen Cookies. Warte, ich kann ja aus dem Flieger schauen. Wir fliegen, Leute, wir fliegen. Seht ihr das? Das sind die Abgase. Deswegen wird unsere Welt untergehen. So, nächstes Ding. Du willst Chips. Die erste Person mit Chips. Warum gibt's hier nur so Snacks? Sind nicht so richtiges Essen? Wenn du im Flieger sitzt, dann willst du doch schon richtiges Essen haben. Aber wenn ein Flieger-Essen nicht so nice ist unbedingt, du willst schon was Gescheites essen nochmal. Aber es ist ja nur ein kurzer Inlandflug, glaube ich, gewesen. Wenn ich mich dran erinnern kann. Das war kein langer Flug. Deswegen ist ja auch nicht so schlimm. Da kann es schon sehr gut sein, dass du nicht sowas bekommst. Ich habe, glaube ich, in meinem Inlandflug... Ich bin einmal Inland geflogen für zwei Stunden oder so. Von Washington nach Ohio. Und dort bin ich... Oder habe ich, glaube ich, nicht mal was zu trinken bekommen. War auch nur ein sehr kleines Ding. So, Trash aufheben. Natürlich. Ja, hallo. Muss ich hier irgendwas machen? Gib jetzt dein Trash her. Was los? Was los? Oder muss ich hier irgendwas machen? Also, jetzt kann ich machen. Warum muss ich das hier erst anklicken? Sehr, sehr komisch. Egal. Da. Nehmen wir das und das und das und das. Das ist mein Zeug hier. Und du. Gib mir auch noch dein Zeug. Perfekt. Hey, gib her. Sehr schön. So, was willst du noch? Ähm, Seed Belt ist gut. Dein... Was auch immer. Dein Table hier musst du da machen. Genau. Du musst... Was musst du machen? Was ist Buckle? Äh, ja, dein Seed Upright bringen. Dann Seed Belt. Hä? Trade Table ist auch kein Problem. Also, der will ja gar nichts. Stimmt. Für die Orangentypen. Ja. Du musst dein Seed Upright bringen. Muss man das machen im Flugzeug? Ich wusste gar nicht. Muss man das machen? Keine Ahnung. Wir landen jetzt erstmal. Auf spontan. Perfekt. Und das war der erste Flug oder so? Sehr stressig. Ganz ehrlich. Sehr stressig. Einfach ein Flugzeug zu fliegen. Ich will nie so Flugzeugerwärter werden. Wir sind jetzt einfach wieder im gleichen Flughafen. Okay. Ich kann die Boarding-Door öffnen, sobald wir ganz da sind. Aber wir sind noch nicht ganz da anscheinend. Oh. Oh, es dauert noch ein bisschen. Ja, hier. Perfekt. Gut. Und jetzt können wir aufmachen. Und jetzt Abfahrt. Wir sehen. Ihr braucht eure Koffer nicht, oder? Ja, doch. Nehmt die schon mit. Perfekt. So, alle aufmachen. Ihr habt alles mitgenommen. Und jetzt sind wir von Roblox hier nach New York City geflogen. Black Quality. 2 von 5 Sternen. Ähm, der Service des Flugs. 3,1 von 5. Okay. Safety. 5 von 5. Perfekt. Payment, Payout. 217 Dollar habe ich bekommen. 217 Dollar für den ganzen Flug. Ist das dein Ernst? Da werde ich ja noch arm davon. Sterbe ich ja noch, bevor ich meine erste Million verdient habe. So, und jetzt muss ich aber einen neuen Flug planen, oder? Oh, ich kann mir auch neue Sachen. Uniforme holen. Also, was ist das hier? Äh, VIP. Ne, danke. Ne, danke. Ich will kein VIP. Aber das kann ich machen. Äh, irgendein Pin. Perfekt. So, und noch eine Umlieferung. Hat das jetzt jeder meiner Kunden irgendwie so? Ich glaube, das hat jetzt jeder einfach gequipt. So, Security. So, lass mich durch. Wo kann ich jetzt einen neuen Flug anmelden? Ich will einen neuen Flug anmelden. Hier ist die Kofferausgabe. Warum kann man einfach an der Security vorbei? Okay, wenn du meinst. Ah, hier kann ich einen neuen Flug anmelden. Es ist alles irgendwie ein bisschen leer, meiner Meinung nach. Hätte ein bisschen voller sein können. Das ist auch, also es ist nicht belebt hier. Egal. Wir machen einen neuen Flight. Vielleicht, äh, kann ich einen neuen kaufen? Oh, nee, danke. Kann ich nicht. So, hier. Du kostest 1000. Ich hab kein Geld für 1000. Okay. Colors, ich kann den anmalen. Yeah, ich kann schwarz anmalen irgendwie. Das muss ich Geld zahlen? Nee, ganz sicher nicht. Da hab ich kein Geld für meine Farbe oder so. So, selekten wir was anderes. Seattle. Für 1000. Meine Güte. Ja, dann fliegen wir mal wieder zurück nach Robloxia, oder? Kann ich mir wenigstens neues Essen kaufen? So ein Steak auf entspannt. Nee. Was, 210 Robux und Muffin? Die Robux-Dinger. Ja, aber ich hol mir lieber einen Muffin als Ginger Ale. Oh, ich hab mir Ginger Ale gekauft. Perfekt. Gut. Dann hab ich jetzt Ginger Ale. Und estimated, also was ich wahrscheinlich verdiene, 220 Skybox. Egal. Wir haben jetzt einen Flight created, oder? Hab ich das? Normalerweise schon. Ja. Perfekt. Das heißt, ich geh jetzt ganz normal durch die Security. Und ich kürze ein bisschen ab, hätte ich gesagt. Kürze ein bisschen ab. So. An der Security vorbei. So, wo bin ich hier? Wir wollen nach Robloxia. Ja, ähm. So. Ich bin Flug 3, 6, 5, 9. 2, 35 AM fliegen wir. Das ist ein 6 Stunden Status. On Time Gate 3. Gate 1 bis 7 sind hier. Und zu Gate 3 muss ich. Das ist hier hin. Einfach da hin, wo ich hergekommen bin. So. Das ist, das kann Wearbelt funktionieren ja nicht mal gescheit, oder? Also schon, aber. Ey, die im Flugzeug, äh, im Flugzeug. Im Flughafen funktionieren schneller als das. Ganz ehrlich. Die Conveyor Belts da funktionieren schneller als das. So, rein hier, ab ins Flugzeug, Leute. Ab ins Flugzeug. Perfekt. Und hier zumachen, oder? Ne, die sind noch nicht alle da. Komm rein, komm rein. Ja, 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 ja. Ihr macht schon alles. So. So, was willst du? Was musst du? Ja, mach mal deine, das hier, deine Ding. Du weißt schon. Mach mal zu. Du genauso, mach mal zu. Du auch. Perfekt. Und jetzt können wir hier zumachen. Bin ja schon ganz routiniert in der Sache. Machen wir hier zu. Und hier zu. Perfekt. Und departure mal ein bisschen. Bisschen Take-off. Los geht's. Oh. Oh. So. Jetzt kann ich auch Essen verteilen. Ihr wollt ja sicher Essen haben hier. Ähm, du willst Food. Was willst du denn an Food haben? Erzähl mal. Was willst du? Nussmix. Hier, gönn dir deinen Nussmix. Und du willst einen Bagel. Perfekt. Du bekommst auch einen Bagel. Was willst du trinken? Ein Wasser. Dann bekommst du von mir auf entspannt ein Wasser. Du willst... Ach, ich wollte Danke. Okay. Wir machen eine Wasser... Warum? Warum? Nein. Du machst jetzt deine Life-Tracket an. Deine Life-Tracket, Life-Tracket. Mach jetzt. Mach jetzt an. Mach jetzt an. Wie? Time to collect Trash. Wir schützen ab. Was für Trash-Collecten. Okay, dann collecte ich halt meinen Trash. Ich hätte mir nur gedacht, dass ich jetzt vielleicht was Besseres zu tun hätte. Ihr könnt auch mal euren Müll behalten kurz. Aber okay. Wenn du meinst, dann machen wir das. So. Du solltest mal vielleicht deine Dinge zusammen machen. Du solltest... Was solltest du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hä? Dir passt doch alles. Hä? Anscheinend hat das auch nicht auf denen gezeigt. Mein Gott. Aber hier. Hier zeigt es dann. Perfekt. So. Und jetzt machen wir eine Wasserlandung, Leute. Auf entspannt eine Wasserlandung. Sind wir da? Und wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Ich will nach Hause. Okay, jeder muss an irgendeinen Rav kommen. Perfekt. Hier. Kommt, kommt. Raus. Los. 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 Behalte euch. Wir sinken. Los. 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 Habt ihr euer Gepäck dabei, Leute? Wahrscheinlich nicht. Och, Mann. Ey. Hallo? Hallo? Ich darf auch noch mit. Yeah. Oder? Nein. Ich muss hier mit. Ich will nicht sterben. Hallo? Darf ich hier rauf? Perfekt. Gut. Ich fahre in die Richtung. Ihr chillt doch mal drüben, oder? Und wir haben überlebt. Yeah. Und jetzt sind wir auf einmal in Robloxia. Irgendwie ist es nicht ganz so passiert, wie ich mir dachte. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt einfach nach Robloxia fahren kann, aber fliegen kann. Aber ist nicht ganz so passiert. Irgendwie ist es nicht ganz so passiert.